hey alle zusammen ich bin's wieder die hexe und letztes mal hatten wir uns ja den hunter angeschaut mit einem neuen bild und jetzt bin ich mal auf den titan gegangen und ich muss schon sagen es ist extrem strong also wir werden uns gleich jetzt im bild anschauen und in diesem bild bekommt man die ganze teilung der schaden ist auch sehr hoch teilweise brauche ich gar keine waffen mehr und es macht einfach sehr sehr viel spaß und es brennt einfach auch alles und wenn euch mein content gefällt und ihr mich unterstützen wollt lasst gerne ein like und ein abo da und kommentiert gerne für den algorithmus was ihr von den neuen solar fähigkeiten haltet was ihr dazu haltet wie der titan gerade performt ob das so stark ist oder doch nicht und ja dann gehen wir mal rüber zu den skills also als ulti habe ich jetzt hammer von soul dabei man könnte jetzt aber auch bahnhammer mitnehmen aber der hammer von soul macht meiner meinung nach ein bisschen mehr schaden auch an großen gegnern und beim bahnhammer ist es mehr so nett clear ulti und das haben wir ja schon allgemein in dem bild hier dann spiele ich die kleine mauer weil die ein bisschen schneller auflädt als die große mauer dann habe ich den wurfhammer hammerschlag könnte man natürlich auch nehmen wenn man lust hat aber jedes mal wenn wir den hammer aufnehmen dass wir dann noch ein heileffekt dazu bekommen dann hatte ich jetzt noch eine heilgranate dabei weil ich ein bisschen was schwierigeres ausprobiert hatte aber ansonsten kann man eigentlich jede solargranate mitnehmen wo man bock drauf hat ich würde zum beispiel die termitgranate nehmen oder die fusionsgranate ist auch sehr nice hier habe ich soul invictus dabei dadurch dass wir solarfähigkeiten todesstöße machen wie zum beispiel mit unserer nagelampferntacke oder unseren granaten machen wir sonnenflecken und wenn wir natürlich da drin stehen kriegen wir erhöhte regeneration von fähigkeiten unsere super läuft länger und wir kriegen noch ein heileffekt dazu und außerdem wenn dann alles voller flammen ist wegen den sonnenflecken und die gegner stehen da drin sterben die halt auch dadurch das ist halt noch mal zusätzlich ein guter add clear dann haben wir noch die weihung dabei dass man nämlich dann stärker nachkampf machen kann wenn man rutscht und dann den nagkampf drückt dann hebt er so den hammer in die lufte springt nach oben und wenn man oben in der luft ist nochmal nachkampf drückt haut auf den boden und wir versenken unsere gegner und entzünden diese und dadurch gibt es halt noch mal viel mehr schaden so und fragmente habe ich jetzt gut der fackel wenn wir nämlich dann nachkampf angriffe benutzen um unsere gegner zu töten wenn wir dann nämlich mit unseren nachkampf angriffen gegner treffen bekommen wir strahlend und strahlend sorgt ja dafür dass unsere waffen mehr schaden machen dann haben wir noch blut der flamme das besiegen von versenkten zielen gewährt natürlich noch mal nachkampf energie bekommen also sachen schneller wieder und das dritte fragment ist blut des empyrianers solar waffen oder fähigkeiten todesstütze erhöhen die dauer unserer wiederherstellungs oder strahlendeffekte also jetzt zum beispiel hier durch durch die granate oder halt durch unseren sonnenfleck der wiederherstellungseffekt geht dann hoch bis zu 15 sekunden glaube ich und mit strahlend durch den nahkampf sind es auch noch mal 15 sekunden erhöht und da wir die ganze gegner killen und auch solar waffen haben läuft dieses ding eigentlich kaum aus und noch dazu wenn ihr die neuen fragmente noch nicht habt könnt ihr zu ikora im turm gehen und dort einfach die sachen für glimmer kaufen ja wenn wir jetzt zur ausrüstung gehen es ist ziemlich lustig denn ich habe einfach als ich mich auf den titan gelockt habe war ich ja noch auf lehre getrimmt und hatte dementsprechend eigentlich größtenteils noch die ganze lehre ausrüstung das heißt auch das exo und ich habe halt nur die sachen ausprobiert erstmal auf solar und habe eigentlich größtenteils nicht viel verändert und es funktioniert halt echt super also ich habe hier zum beispiel auf den helmen noch mal nahkampfquellen schöpfer wenn ich mit nahkampf ne unser hammer wenn wir damit gegner killen bekommen wir halt elementarquellen und dann habe ich noch drin dass wir halt zugepackt drin haben zweimal dann bekomme ich mehr super energie durch meine nahkampf kids kann man aber muss man jetzt nicht drin haben kann man drin haben dementsprechend kann man zum beispiel auch hier einfach noch ein bisschen das reinpacken und könnte hier zum beispiel noch ein bisschen von raketen huni finder reinpacken also das würde auch gehen dann habe ich hier noch ein akkus arm damit wir hier die akkus mods drin haben hier habe ich auf jeden fall noch mal quelle der macht wenn ich halt den quelle aufnehmen halt die zu meiner waffe und meiner super passt also halt solar bekomme ich erhöhten schaden darauf und hier habe ich jetzt zweimal schwung übertragung zweimal drin dass ich halt noch meine nahkampf sachen schneller kriege wenn ich gegner mit granaten schaden zu füge was natürlich auch nur was bringt wenn ihr auch eine schadensgranate drin habt dementsprechend solltet ihr die heilgranate spielen könnte man hier zum beispiel auch noch ein paar champion mods mit reinpacken und hier vielleicht noch mal ein paar sachen und dann klappt das eigentlich auch so ganz gut also das ist nicht unbedingt wichtig wir kriegen unsere sachen eh schnell wieder wegen unserem super exo herzens inneren lichts wenn wir fähigkeiten benutzen also granate nachkampf oder barrikade denn bei diesem exo ist es ja so wenn wir eine fähigkeit drücken nachkampf granate oder barrikade werden die anderen beiden erhöht aufgeladen und das hilft natürlich ziemlich denn dadurch können wir wirklich die ganze zeit fähigkeiten schmeißen wie sonst was machen gut schaden und können auch richtig gut einstecken dann habe ich hier noch mal nahkopf quälen schöpfer drin dann noch die season rüstungs mod mit verringerter solar und leere schaden dann habe ich noch ein stoßdämpfer drin aber hier könnte man jetzt zum beispiel auch noch akkus reinpacken hat man alles und weil ich noch platz hatte habe ich mir halt noch ein bisschen belastbarkeit reingehauen dann habe ich jetzt hier noch mal stasis beine könnten am besten eigentlich solar beine sein glaube ich war das aber ich konnte jetzt nur nichts umbauen dementsprechend habe ich hier noch mal in nachkampf keinen schöpfer dass wir wirklich wir kriegen richtig viele elementar gefälle mit die alle aufnehmen sind unsere fähigkeiten auch noch mal super schnell voll es ist echt wahnsinn dann habe ich hier noch sphären der wiederherstellung dass wir noch mal ein bisschen energie für unsere fähigkeiten kriegen wenn wir eine sphäre der macht aufnehmen das gleiche hier auch normal an sich nur für mehr plätze und hier haben wir noch ein bisschen belastbarkeit dabei wenn es jetzt auch so machen und dann habe ich hier noch ein solar cape rock dabei für die mod mannig feitige quellen dass wir halt wenn wir eine elementarquelle herstellen dass wir nämlich dann die doppelte anzahl davon bekommen und dann habe ich halt noch drin dass man reduzierte abklingzeit der granaten bekommt wenn wir unsere klassenfähigkeit einsetzen ja dann zu den waffen also galahorn ist natürlich schon ein bisschen perfekt weil es halt auch solar ist dann habe ich hier auf jeden fall das kalos mini werkzeug was einfach absolut strong ist mit diesem bild zusammen weiß glühend ist der perk der das richtig strong macht und dann habe ich jetzt zum beispiel noch die erlösung dabei man könnte auch noch eine schrotflinte reinpacken oder ein sniper je nachdem und dann habe ich hier noch mal das aussehen was wirklich nicht super aussieht ich warte noch auf die ornamente aus dem season pass ja an sich war es das ich hoffe es konnte euch ein bisschen weiterhelfen wie gesagt ich habe eigentlich fast alles aus dem leeren bild übernommen und es funktioniert richtig 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 gut auch in schwierigen solo content und wie gesagt wenn ihr mich unterstützen wollt lasst gerne ein abo da legt das video teilt es kommentiert es und ansonsten sehen wir uns das nächste mal ich denke mit dem warlock wenn euch noch eine schöne woche ciao ciao